Und damit willkommen zurück zu einem der wundervollsten Spiele, das ich jemals gespielt habe. Allerdings mit ein wenig Problemen. Deutsch wäre Sprache. Was will der Firin? Firnice? Kriegt er nicht? Ja. Genau. So. Könnte es ja gleich da drauf gehen. Als ob ich mich mit Piraten anlege. Bin immer nur dämlich. Das kostet viel zu viel. So, ein paar Magnetminen hat es hier. Plünderer, was auch immer der macht. Unzerstörbar. What? Respekt. Unzerstörbar. Aber passt nur auf, wenn ich... Na. Also der da unten, der Grüne, nervt ja schon ordentlich, ne? Aber das ist ja, das ist ja... Das ist ja nix im Vergleich zu dem Quatsch hier, was der, 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 der Pupone... Wie heißt da? Die Korsul-Armada macht. Totaler Schwachsinn. Aber passt nur auf hier. Wenn ich, wenn ich dem erstmal aufs Dach steige, ist vorbei. Und die Minen... Die Minen kann er gerne alle zerstören. Das interessiert mich herzlich wenig. Schildgenerator bauen wir natürlich noch. Ansonsten scheint hier alles fertig zu sein. Taktische Plätze habe ich ein paar. Das kann ich nicht bauen. 18. Jetzt wartet doch noch. Ja, hier komme ich, Baby. Oh ja. Schaut sich das an, Mann. Was ne Schlacht. Piu, 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 piu. Boah, ich hab schöne, schöne Laser auf meinem Argonis. Schlachtschiff, ja, so schaut's auch aus. So, zumal mal ein bisschen drum. Viel erkennen kann ich nicht. Aber hier hat er ne Menge Schiffe. Aber, ne, der kriegt so viele Verluste ab. Es wird er sich hoffentlich noch zehnmal überlegen, bevor er so einen Schwachsinn nochmal macht. Ein taktischer Platz fehlt mir hier. So ne Sauerei. Na gut. Ein anderes Bauwerk steht im Weg. Phasensprung im Hibby-Tor, Schildgenerator. Fertig. Ich renne dem jetzt hinterher. Ich jag ihn jetzt. Das ist mir jetzt alles zu dämlich, was der da macht. Dauernd dieses Hin- und Her-Springe. Einer unserer Gegner hat einen Titanen fertiggestellt. Wo, wer? Phasensprung abgeschlafen. Darf ich nicht erfahren. Gut, was auch immer. Phasen. Ihre Befehle, Kommandant? Der soll bitte mit... Tolle Energie auf den Sprung anziehen. Die Raketen... Wir sind bereit! Ihre Befehle, Kommandant? Also irgendwie sollten diese... Raketen-Fregatten-Shot dazugehören. Phasensprung auf mein Signal. Jetzt gucken wir mal. Ihre Befehle, Kommandant? Alle hierher. Hört mal her, ihr Flieger-Asse. Und die Träger... Ihr Freund und Helfer. Können auch dazu. Umberstaffel meldet Bereitschaft. Läuft. Unsere Brotte wird angegriffen. Ihr habt den Commander gehört. So, weiter geht's. Ich lasse mich doch hier nicht komplett zum Narren halten. Einmal. In Ordnung. Aber öfter? Nope. Mit Sicherheit nicht. Ah, ja. Auf jeden Fall gibt es sehr viele schöne Level. Schaut's euch das mal an. Na, ein bisschen Planeten-Ausrottung machen wir noch. Das kann schon funktionieren. Auf jeden Fall gibt es ordentlich Schilderneuerung ordentlich XP für meine Truppen. Das gefällt mir wirklich sehr. So, Raketen-Ausrottung. So, Raketen-Hagel. Noch ein bisschen mehr Gauss-Rail-Kanone. Finde ich immer nice. Nochmal ein Embargo. Kann nie schaden. Schiffsbauzeit. Ja, genau. Ja, genau. Noch eine Raketen-Batterie hinterher. Und schon wieder springt er, aber diesmal nicht. Ich renne dem hinterher. Und wenn es das letzte ist, was ich tue... Nee, dann lasse ich es sein, bevor es das letzte ist. Was ich tue, lasse ich es lieber sein, aber... So. Passt. Na, mir entkommt der auf Dauer nicht. Das kann der sich so abschminken. Ich mache jetzt allerdings hier ganz kurz einen Safe-Stat. Ja. Aber keine Sorge. Es geht weiter. Habe ich eigentlich... Aufnahme umschalten. Ja, passt. Puh. Puh, 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 puh. Hört mal her, ihr Flieger-Apfe. Yes, die Kreuzer. Die Konstruktionskreuzer sind fertig. Sehr nice. Zwei davon nehme ich mir. Schieb die mal hier hin. Ich probiere das aus. Wenn das nämlich wirklich funktioniert, dann... Halleluja. Dann wird das richtig nice. So, und die beiden... ...kann ich ja dann quasi hierhin schicken. Ich kann es ja ausprobieren. Wenn es nicht klappt... Puh, meh. Aber wenn es klappt... Bam. So, Kolonieschiff ist immer nützlich. Und dann schauen wir mal. Zwei schwere Kreuzer. Vier schwere Kreuzer. Noch ein paar leichte Träger. Zwei Torpedo-Fregatten. Noch zwei Kreuzer. 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 Forschung abgeschlossen. Und vielleicht noch mal. Unsere Flotte wird angegriffen. Joa. Machen wir später. Wir sind bereit. Ach, da ist jetzt auf einmal der da. Ja, aber das macht nichts. Sie wählen aus. Ich mach den mit. Mit dem kann ich mich gut anlegen. Bereit. Komm, Link online. Ihre Befehle, Kommandant. Das passt. So. Ja, ja, der hüpft nämlich immer hinter und her. So, und jetzt hat der hier gesucht, geguckt und greift hier als nächstes an. Entweder sind die Gegner hier verbündet, dann habe ich natürlich ein Problem. Oder sie nutzen einfach jede Chance schamlos aus, um mich kaputt zu haben. Was durchaus passieren könnte. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. So, und jetzt kommt der hier. Hoffentlich bleibt es dabei. Völligliche Truppen sind eingetroffen. Weil vieles ist nett. Noch nicht. Das kann sich natürlich alles noch ändern. Bereit für die vorderste Front. Ein anderes Bauwerk steht im Weg. Ja, jetzt greift der natürlich volle Kanne an. Ihre Befehle, Kommandant. Muss ich abhauen. Hilft nichts. Na gut. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Äh. Völligliche Truppen sind eingetroffen. Der Preis auf unsere Köpfe hat sich erhöht. So, Raketenhavel. Boom. Mehr Raketenhavel, bitte. Der greift hier wirklich an. Aber ich sehe noch kein Titanen. Also ist alles in Ordnung. Kommsat hat Feinde im Anflug erfasst. Phasensprung abgeschlossen. So, hier, da müssen wir in Ruhe. Unser Planet wird belagert. Da ist ein Titan dabei. Jetzt wird's böse. Ja, das wird böse. Aber das passt schon. Weitliche Truppen sind eingetroffen. Solange die jetzt wegspringen, sich beeilen. Phasensprung auf mein Signal. So. Wie geil. Ich kann da tatsächlich bauen. Das ist so cool. Perfekt. Super. Gefällt mir. Das ist ja Bombe. Wie cool ist das denn? Ja, dann bauen wir da natürlich. So, hier muss ich aber jetzt durchhalten. Das wird ein bisschen knifflig, habe ich das Gefühl. Könnte aber funktionieren. Die Gausskanonen, die halten lang genug durch, damit die Sternbasen durchhalten können. Das ist unkritisch. Ein bisschen unkritisch. Hoffe ich zumindest. Tralalalalal. Andere Meinungen über diesen Spieler. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Hass, Hass, Hass. Irgendwas ist gebrochen. Alles egal. Was jetzt, Commander? Alle Energie auf den Sprungantrieb. So, und hier warte ich natürlich, bis ich genug Kohle habe, um acht Stück hier auf der Sonne zu bauen. Also, es ist keine Sonne. Es ist mir Sam. Das ist ein Stern. Glaube ich. Das ist eine Sonne. Gibt es nicht. Das heißt bei uns. Unser Stern heißt bloß so. So, glaube ich. Das ist das, was mein Wissensstand derzeit ist. Könntest du bitte den Zerstörer zerstören? Nice. Das war wichtig, denn ich will nicht, dass ich den Planeten verliere. Das tut immer weh. Das kann ich mir nicht leisten. So. Die werden gebaut, aber angegriffen. Dann machen wir jetzt erstmal die strukturelle Integrität hoch, damit die Sternenbasen überhaupt irgendwas überleben. Wäre schade, wenn die jetzt kaputt gehen würden, weil das ist immer teuer. Das ist immer wirklich teuer. Aber es sieht ganz okay aus. Noch lang geht das auch nicht gut. Komm, Sat hat Feinde im Anflug erfasst. Was ein Mist. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Alle in der Hüderfischung anziehen. So. Schön die ganzen kleinen Blödschiffe Stück für Stück kaputt machen. Alle in der Hüderfischung anziehen. So. Ich glaube halt fast, dass das sich hier von alleine löst, ne? Aber wir werden das sehen. Das hier wird sehr teuer, habe ich das Gefühl. Aber ich probiere es. Ist mir egal. Ich probiere das. Ich will das probiert haben. Ich will das probiert haben. Obwohl das... Ich weiß nicht, ob das klug ist. Jetzt hauen wir hier erstmal ordentlich drauf. Ein paar Gauss-Kanonen, Phasensprung-Inhibitor. So, so Dinge sind ich überhaupt gegangen. Ansonsten nichts Schlimmes. Nicht ausreichende Metalle. Ihr Freund uns helfen. Und schon zieht er sich wieder zurück. Ihre Befehle, Kommandant. Gut. Bauwerk komplett. Ist in Ordnung. Wenn der sich zurückzieht, dann passt das. Dann ist das alles gut. So. Die dorthin. Die dorthin. Dauert alles noch ein bisschen. Die Sternbasen sind safe. Da holen wir uns jetzt die Handelseinrichtungen. Das haben wir überstanden. Sehr gut. Ja, wieder ein paar Level-Ups. Was ist das? Waffenruhe. Äh. Alle umliegenden Schiffe. Weiß nicht, ob das so nützlich ist. Enttäuscht uns nicht in dieser Sache. Bleib ich lieber bei... Vergiss es, ich tue gar nichts mehr für dich. Das wird hoffentlich nicht noch ein Selbstmordkommando. Was ist das? Eine Elite-Besatzung. Das ist mal ein sehr gutes Support-Schiff. Wow. Also das haben die hier alles in Griffen kaputt gemacht. Das ist... Das war einfach nur teuer. Aber okay. Ich glaube, man darf halt maximal... Gibt's da... Weil ich weiß, dass es ein Limit für Sternenbasen gibt. Was jetzt, Commander? So. Genau. In diesem Gravitationsfeld. Mehr darf ich nicht bauen. Aber das müsste doch irgendwo angezeigt werden, oder? Ich weiß nicht. Aber ich probiere es mal. Ich will wissen, wo es geht. Weil es hieß halt wirklich, acht Stück am Stern. Das wäre... Krass wäre das. Ah, wenn das wirklich so funktionieren würde. So ganz glauben kann ich das noch nicht. Nicht ausreichende Metalle. Ich meine, selbst zwei wären ja schon Bomben, ne? Aber acht. Kommsat hat Feinde im Anflug erfasst. Weiß ich nicht, ob das so stimmt. Ich weiß es einfach nicht. Ich will jetzt niemandem sagen, mutma, bla, bla, bla. Das ist das letzte, was ich möchte. Schwerer Kreuzer, schwerer Kreuzer. Leichter Träger. Mussten die jetzt schon da ankommen? Ihr haut's damit bitte ab. Das wäre mir nicht ein bisschen zu gefährlich. Mein Schock greift er wieder an, ne? Sauerei. Also ich glaube, ich kann das hier erstmal mir nicht holen. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das wünsche. Aber ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen rum. Und dann wird das schon werden. Irgendwann irgendwie. Davon möchte ich einfach überzeugt sein. Aber die beiden nehmen mich gut in die Mangel. Also das hier ist kein Kinderspiel. Ah, der hat zu viel Schaden. Ich muss erst die kleinen Dinge zerstören. Na gut. Alter, das gehört ihm. Da muss ich jetzt... Das muss ich jetzt erstmal akzeptieren. Leider. So wie es ist. So stehen die Dinge. Zeit zum Handeln. Ich bin dran. Ich werde nichts verlaufen. Schauen wir mal. Ihr Freund und Helfer. Mein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Feuert aber wohl nicht auf mich. Da kommt noch einiges an Verstärkungen. Aber ich glaube bisher passt das soweit. Zusätzliche Credits benötigt. Na los. So. Okay, also auch hier maximale Anzahl erreicht. Wie? Die kann keine Phasensprünge durchführen. Wie sie das kann wohl kurz sagen. Wo sind wir erschossen? Ihre Befehle, Kommandant? Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Wir sind bereit. Geben Sie den Befehl. Ich bin dran. Achtung. Bereit in die Wolke. Mir gefällt es halt nicht, dass hier zwei Gegner, gegnerische Armeen, so unmittelbar war, in meiner, in meinem Hoheitsgebiet sind. Das ist ziemlich knifflig. Aber ich glaube, ich muss da jetzt eiskalt hinterher springen. Wer braucht Luftunterstützung? Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ist ja auch in Ordnung. Was können wir noch forschen hier? Novalid Freigabe. Slotkosten! Ja, das hätte ich mal eher gebraucht. Ich habe mich schon gewundert, warum ich da gar nichts von bauen kann. Aber okay, ich glaube, ich mache jetzt hier nochmal eine kurze, ganz kurze Pause. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen-Rauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020